Hallo, hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es die Gewinnerverkündung des Beauty YouTuber Adventskalenders und der 24 Stunden Goldmaske, wo ist sie denn? 24k Goldkollagen Lippmaske. Und wenn dich das interessiert, wer gewonnen hat, dann bleib einfach dran. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr reingerutscht, in das Jahr 2019 und 2019 kann nur besser werden. Ja, das ist immer so am Anfang des Jahres, dass man sich da einfach vornimmt, einige Sachen neu zu starten, einige Sachen besser zu machen als im alten Jahr. Und ja, sei es abnehmen, sei es nicht mehr rauchen, sei es, keine Ahnung, irgendwelche Reisen zu unternehmen oder irgendwelche Kurse zu besuchen, ein besserer Mensch zu werden. Wir haben da so viele Vorsätze und ich habe auch meine Vorsätze geschlossen, sagt man das so? Ich habe meine Vorsätze bestimmt aufgeschrieben und genau, aber was das Ganze alles auf sich hat, werdet ihr in einem meiner Videos erfahren, was ich so vorhabe. Aber heute geht es einfach um die Gewinnerbekanntkarte. Ich werde mich gleich an meinen PC heransetzen und dann mit dem Common Pit Car den Gewinner auslosen. Und zwar konnte man bei dem Beauty-YouTuber-Kalender gewinnen, diese beiden. Und zwar einmal das Festtagspflege, der Tausendschön von der Firma IplusM und die Boutique-Palette Variation Fever. Das zweite Gewinnspiel war, die Videos übrigens werde ich unten in der Infobox verlinken, die Beauty-YouTuber-Kalender-Video unten in der Infobox. Und ich habe eine Review gemacht über diese Lippen-Kollagen-Maske. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Und ja, den Gewinner werde ich dann heute auch ziehen. Dann haben wir das alles in einem Video reingepackt. Genau, also ich setze mich jetzt einfach an den PC und suche jetzt den Gewinner heraus oder die beiden Gewinner. So, wir befinden uns jetzt hier in dem YouTube-Random-Command-Picker. Ich gebe hier vorne die YouTube-Earth von dem Beauty-YouTuber-Vent-Kalender ein. Und es werden 37 Kommentare registriert. Und dann gehen wir jetzt hier auf Start. Und der Gewinner oder die Gewinnerin ist Aileen Volkmer. Volkmer. Aileen Volkmer. Gerne mache ich am Gewinnspiel mit. Ich gehe regelmäßig Kleidung beim Roten Kreuz spenden. Auch gebe ich gerne Hygieneartikel bei der Tafel ab. Und seit drei Jahren gehe ich auf Blutspenden. Ich finde es wichtig, dass am besten jeder ein bisschen macht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir zur Auslosung für die Kollagen-Lippenmaske. Ich gebe hier die Earl ein. Die Kommentare werden gesucht. Es waren insgesamt 22 Kommentare. Und dann drücken wir jetzt auf Start. Und der Gewinner oder die Gewinnerin ist Karin L. Sehr interessantes Produkt. Gibt uns noch ein Update dazu. Würde ich selber gerne testen. Und nehme darum an dem Gewinnspiel teil. Ja, es gibt noch ein Update. Spätestens im Aufgebraucht-Video. Herzlichen Glückwunsch, liebe Karin. So, also, ich habe mir mal die Namen einmal aufgeschrieben. Und zwar, Aileen Volkmar, du hast das Festag-Set gewonnen und die Boutique-Palette. Herzlichen Glückwunsch. Und Karin L., du hast die Gold-Kollagen-Lippenmaske gewonnen. Auch herzlichen Glückwunsch. Schreibt mir doch bitte einfach eine E-Mail oder schreibt mir auf Instagram. Hier bei YouTube weiß ich nicht, ob das funktioniert. Aber, ja, alle Kontaktdaten stehen unten in der Infobox. Schreibt mir einfach, teilt mir eure Adresse mit. Dann schicke ich euch die Gewinner so schnell wie möglich zu euch nach Hause. So, das war ein kurzes Video und, ja, wir sehen uns einfach hoffentlich im nächsten Video wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.